Ey, stimmt, ja. Digga! Digga! Der Schreiber von Spongebob ist an unseren Geburtstag gestorben, alter. Ich schwöre. Bei uns ist auch durch das letzte Ultraschall-Funkzeug einfach explodiert. Ja, und Tina Turner geboren. Auf der Startbahn lag da mit irgendeinem Metall und deswegen wurden die Lapper abgeschafft. Wir bringen richtig Unglück, ja. Nice. Egal, ich baue einfach den Beat. Ich versuche so laut, wie es geht zu schreien, Alter. Jewel in der Hand.